Als Floristen sind wir gut in unserem kreativen Fach. Wir fertigen die schönsten Dinge an, aber es ist auch wichtig, dass wir sie verkaufen und dass die Kunden wissen, was wir zu bieten haben. Der erste Kundenkontakt läuft über die Aussenpräsentation. Ich sorge dafür, dass immer eine nette Aktion draußen steht. Jetzt zum Beispiel der Zierkohl mit Räucherwurst. Das ist auch kostenlose Werbung. Ein Ergebnis der Right for Roses-Aktion war zum Beispiel ein schöner Zeitungsartikel. In meinem Geschäft gibt es nicht viele Pflanzen, aber ich versuche immer, die Zimmerpflanze des Monats im Laden zu haben. Blumenbüro schenkt diesem Thema viel Aufmerksamkeit und so profitiere ich von allen Aktivitäten. Ich nutze gerne die Möglichkeiten rund um die allgemeinen Kampagnen von Blumenbüro oder von Mein Blöhmist. Die schneide ich dann auf meinen Laden zu und gebe Ihnen meine persönliche Note. Für unser Geschäft interessanter. So, bitteschön. Ich habe hier noch eine Karte für Sie. Sie können auf unserer Webseite Ihre Lieblingsblume wählen. Sie können einen Blumenstrauß mit Ihren Lieblingsblumen gewinnen. Mache ich, danke. Viel Spaß damit und auf Wiedersehen. Und so passe ich die Aktionen von Blumenbüro an meinen Laden an. Ich habe hier noch eine Karte für Sie. Ich habe hier noch eine Karte für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020